Ja, Moritz hat Hunger und es gibt gleich Frühstück. Ja. 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 Norman holt schon was. Kannst du gleich essen. Ja. 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 Ich hatte ja jetzt ne ziemlich lange Videopause gemacht. Und das war halt einfach, weil ich Familie ziemlich Stress hatte. Und ich hab jetzt halt auch komplett Kontakt mit meiner Mutter abgebrochen. Und ja, die Zeit danach war dann irgendwie auch ziemlich schwierig. Und außerdem war es halt so, dass mein Vermieter ja meinen Kanal entdeckt hat. Und nachdem wollte ich halt keine Erfahrungsberichte mehr hier hochladen. Und ich hab dann lange nachgedacht, wie ich das dann in Zukunft machen soll. Und ich dachte mir dann so, dass die beste Idee eigentlich ist, wenn ich einen zweiten Kanal mach, den werd ich dann noch in Zukunft einrichten. Ich werd einige alte Videos, also Erfahrungsberichte dann auf den neuen Kanal hochladen. Und auf diesen Kanal kommen dann halt nur so Vlogs oder ich rede über irgendwelche Themen, die mich beschäftigen. Ich rede über Mental Health. Ich rede über irgendwelche persönlichen Erfahrungen oder über Spiritualität oder so. Und auf dem neuen Kanal sind dann die richtig Erfahrungsberichte. Ja, und ich denk, das ist halt einfach so die beste Lösung, weil ich hab eigentlich schon Lust weiterzumachen und keine Ahnung. Fänd's halt schade, wenn ich das jetzt irgendwie so komplett stoppen würde. Ich hab mir vor einiger Zeit so einen Kindheitstrauma erfüllt. Ich wollte es als Kind nämlich immer haben. Und ich hab's mir vor einiger Zeit gekauft. Dann stand's aber erstmal nur im Keller. Und ja, das habe ich vor zwei Tagen hier angefangen mit dem Zeug. Also genau, ich mach hier gerade so lauter Gipspyramiden. Und darauf werde ich dann Kristalle züchten. Und hier in dem Glas habe ich jetzt vorhin auch eine Kristalllösung gemacht. Da werden sich die Kristalle dann am Boden absetzen. Und die werden dann so grünig sein. Da ist Farbe drin. Und da will ich auch so nachtleuchtende Kristalle machen. Hier löse ich gerade Laumkristalle auf. Und ich muss es erhitzen, weil je heißer was ist, umso mehr Lösigkeit hat es. Und hier ist dann der Farbstoff. Also das werden dann so rosa-lila Kristalle. Und das tue ich dann da drauf. Und dann hab ich so fanzige Pyramidenpistallen. Wo es noch ein paar Tage entstehen lassen. Ansonsten arbeite ich gerade auch an verschiedenen Kunstprojekten. Das hier muss noch trocknen. Das ist jetzt fertig gemalt. Dann hier drüben die Ente habe ich vor kurzem gemalt. Und das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine beste Freundin, weil sie vögel. Da hatte ich ein Foto als Vorlage. Hier habe ich eine alte Zeichnung ausgeschnitten vom Papier. Und dann auf ein anderes Papier hier drauf geklebt, wo ich Acrylic Pouring gemacht habe. Und das dann auf eine Leinwand geklebt. Und genau, ich mache hier noch gerade so Glanzpapier hin, dass da hier so ein Kreis ist. Hier war ich dann aber zu voll weiter zu machen. Weil hier halt lauter so kleine puppliche Stellen jetzt kommen. Und da hatte ich keine Lust mehr. Das hier habe ich auch letztens fertig bekommen. Da habe ich zuerst so einen Oktopus in den Hintergrund mit Aquarell gemalt. Und bin dann die ganzen Linien mit Feinleiner halt nachgefahren. Und an was ich heute jetzt arbeiten werde. Das ist auch schon angefangen. Das ist das hier oben. Ja, die Farbe ist auch noch nicht trocken. Mir passiert es immer, wenn ich mit Ölfarbe arbeite. Ich klang da so oft in die Farbe rein. So meine Hände dreckig, dann verschmier ich irgendwelche Stellen. Zum Beispiel hier. Aber da kommt eh noch mal eine Farbschicht drüber. Von dem her ist das nicht schlimm. Also es wird dann so wie hier drüben. Das habe ich schon gemacht. Ähm. Dass ich dann hier auch so lauter bunte Farben noch einfüge. Und hier ist es mit dem weißen ungefähr so vorskizziert, wie ich das ungefähr haben will. Ich habe jetzt ein Bild rausgekrustet, was ungefähr seit einem Jahr angefangen rumstand. Und ja, ich würde das nochmal überarbeiten. Also den Arm mache ich ein bisschen anders. Ich habe mir überlegt, dass ich auch die Farbtöne anders mache. Also nicht so kräftig. Sondern eher so gedämpft. Und ich werde auch noch mehr Pflanzen hinzufügen, dass es alles nicht so gesättigt ist. Sondern eher so ein bisschen dunkler vom Licht ist. Außerdem habe ich eine Sache hinbekommen, die ich schon voll lange machen wollte. Nämlich meine Kunst online verkaufen. Ähm. Aber irgendwie hatte ich dann Probleme und das hat nicht wirklich funktioniert. Ähm. Mit meiner Bankkarte und so, dass das irgendwie da angegeben wird. Irgendwie hat das da alles rumgesponnen. Und ähm. Deswegen habe ich jetzt die Sachen auf Ebay, Kleinanzeigen hochgeladen. Das Ganze ist da auch kostenlos. Bei Etsy hätte ich jetzt eine Gebühr immer zahlen müssen, wenn ich was verkaufe. Und bei Ebay ist das halt einfach praktischer. Das haben viel mehr Leute. Und ähm. Es kostet halt für mich nichts. Und ja. Ich werde dann in die Videobeschreibung einen Link rein tun. Und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Und wenn ihr Lust habt auch was kaufen. Das würde mich mega freuen. Also ich habe da zum einen Sachen auf Leinwand. Aber auch zum Beispiel auf Papier. Denn manche Sachen sind gerahmt. Ähm. Und manche Sachen sind dann halt ähm. So eher expressionistisch. Dann äh. Habe ich auch noch so ein paar abstrakte Sachen. Und ähm. Und ähm. Wo man halt auch so den Einfluss von Psychedelika sieht. Oder die halt genau Psychedelika halt wirklich als zentrales Thema haben. Und ansonsten werde ich auch Auftragsarbeiten entgegennehmen. Das heißt wenn ich irgendwas bestimmtes malen soll. Oder zum Beispiel ein Porträt oder so. Dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Ich lese gerade dieses Buch. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ähm. Es spielt in den 60er Jahren. Ähm. Und handelt von Timothy Leary. Den kennt ihr vielleicht. Der hat ja einige Experimente zu LSD gemacht. Und auch zu Pilzen. Und das ist dann aus der Sicht einer seiner Studenten beschrieben. Ähm. Und wie sie halt diese ganzen Erfahrungen machen. Ähm. Ja. Wie sie halt auch Schwierigkeit haben mit der Öffentlichkeit und so. Und wie es halt auch die ganzen Charaktere verändert. Gerade stelle ich hier so nachtleuchtende Kristalle her. Ähm. Da habe ich vorher schon so farbige Kristalle gezüchtet. Und das leuchtet dann da drauf. Und dann kristallisiert sich das nachtleuchtende dann so um die Kristalle da herum. Und ähm. Die Pyramiden. Ähm. Die da ist schon fertig. Ja. Das waren so. Nebenprodukte. Und dann heißt sie auch noch dabei entstanden sind. Hier. Ist. Ein riesiger Kristall drangewachsen. Und hat die zwei Pyramiden miteinander verbunden. Und hier ist noch der Rest. Ähm. Ähm. Da sind noch nicht so ganz so viele Kristalle drauf gewachsen. Deswegen habe ich dann nochmal ähm. Eine Lösung hergestellt. Und ähm. Ich schaue, dass da jetzt noch mehr wachsen. Ja. 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 Ja.